Hallöchen, meine mörderischen Freunde! Ich hoffe, ihr freut euch schon auf eine weitere Party. Wir werden diesmal einen Campus unsicher machen und ich hab gedacht, wir nehmen mal wieder Katie als Killer. Denn mit Katie hatten wir seit der, nach was was, der Beach-Party schon keinen Spaß mehr. Ja, ich mag die College-Party nicht so ganz. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Also an sich ist es eine tolle Party. Aber da laufen Bodyguards rum. Und zwar, ich glaube, vier Stück. Da oben stehen zwei, oben rechts. Hier an der Türe ist einer. Ob der mich jetzt schon nicht mag. Ach nee, noch ist okay mit uns. Ich mach jetzt mal die Falle auf. Der hier drinnen, der mag uns eigentlich meistens auch nicht. So, ich schlepp den mal kurz an die Seite, damit keiner sieht, wie ich kurzen Prozessen die mache. Ich werde versuchen, Katies spezielle Fähigkeit zu nutzen, dass sie Leute erst ausknocken kann, um sie anschließend komplett umzubringen. Und vorher vielleicht noch wegzuschleppen. Ah, der hat auch noch nichts gegen uns. Die haben alle noch nicht... Huch! Ja, da ist die gute Falle ausgelöst worden. So, wieder ums Eck. Äh, nee, das war falsch. Umbringen. Und ab in die Kanalisation zu den Teenage Mutant Monster Turtles. Ja, wir sehen hier einige schöne Fallen, die ich aber glaube ich... Ich versuche mal die Kaugummifalle da drüben auszulösen, in der Hoffnung, dass es den Bodyguard erwischt. Und ich könnte natürlich hier auch den Punsch vergiften. Ah, wunderbar. Da hat sie den Bodyguard erwischt. Hier schläft jemand. Und da ist nochmal jemand weg. Jetzt werde ich aber gucken... Ach, der Bodyguard hat auch nichts gegen mich. Das ist schön. Also letztlich könnte uns ja... Ach, da hinten, das ist ja gar nicht schön. Hier. Nach, 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 nach. Verdammt. Na gut, wir versuchen jetzt mal einfach hier schnell loszulösen. So, jetzt aber. Hallo? Bleib stehen! Dann halt nicht. So, jetzt aber. Den Bodyguard habe ich jetzt wie oft K.O. geschlagen. Ein Wunder, dass der nicht Agro auf uns geworden ist. Kann ich die Falle? Schade. Die ist kaputt gegangen beim ersten Aufzeigen. Wie viele Bodyguards haben wir denn noch? Ah, ich sehe schon. Ein falscher Verdächtiger wird verhaftet. Der, ups, stirbt. Und irgendwie da hinten wieder zurückgeglitscht ist. Alle in Panik. Das ist ja herrlich. Da treten sie sich schon gegenseitig zusammen. Macht ruhig weiter, Partygäste. Macht ruhig weiter. Ja, ich glaube, wir haben wirklich nur noch den einen Bodyguard hier. Den ich liebend gerne loswerden würde. Das Problem... Also eigentlich ist es kein Problem, aber die Schwierigkeit an dem Level ist, es gibt nur diese eine Möglichkeit, gleich loszuwerden. Da oben kann ich noch... Beziehungsweise unten. Ups. Da ist eine, ich glaube, Tierleaderin oder sowas von einem großen Eichhörnchen erschlagen worden. Und... Natürlich ist Katys Fähigkeit nicht... Nicht ganz unproblematisch, denn wenn wir jemanden ausknocken und gerade durch die Gegend schleppen und dann wacht er wieder auf, während wir ihn sozusagen gerade auf der Schulter haben, dann wird diese Person bei nächster Gelegenheit der Polizei von uns berichten. Denn das ist natürlich etwas verdächtig, wenn man einfach so Leute durch die Gegend trägt. Oh ja, den Clown könnte ich eigentlich ausknocken. Der geht da so hübsch. Muss auch immer daran denken, wenn ich hier direkt vorne morde, dann kann man natürlich sehen, dass ich morde. Also durchs Fenster könnte mich dann jemand sehen. So. Wir sind erstaunlich stark. Wir können auch so ein kleines Dickerchen wunderbar durch die Gegend tragen. Oh nein, nein, nein. Nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch, nicht doch. Oh nein, nein, nein. Ach, verdammt. Okay. Das war jetzt echt schlecht. So. Wir machen jetzt was Schönes. Oh. Ich glaube, ich glaube, mit ein ganz kleines bisschen, mit ein bisschen Glück können wir den Polizisten einmal abhängen. Äh. Okay, abhängen. Huh. Das klappt aber wirklich nur ein einziges Mal. Danach ist nämlich, hier ist kein Durchgang. Und dann müsste ich unsere Einstiegsfensterchen da vorne nutzen. Oh, da ist der letzte Bodyguard. Den hat es zerlegt. Und wir kriegen hier eine riesige, laute Sprechblase. Das ist schön. Ich habe gerade ein bisschen Angst, den hier in der Dusche umzubringen. Denn natürlich, wenn uns jetzt jemand erwischt, dann sind wir geliefert. Dann werden wir geschnappt. Und ich möchte ihn natürlich nicht schnappen lassen. Tja, ja. Da war ich nicht vorsichtig genug. Ich hatte gedacht, die würden das da unten eventuell nicht sehen. Hallo, meine griechischen Brüder. Dürfte gerne wieder gehen. Noch ist mir hier echt ein bisschen... Ich bin jetzt einfach mal mutig und tue das. So. Da schläft jemand neben der Couch. Ich glaube, ich habe jetzt auch... Ähm, ich weiß nicht. Der ist, ähm... Der ist wie vom Verräter erstochen worden. Ohne Gefliege. Guck mal, was wir im Koffer haben. Du wisst ja, Koffer sind gut. Aha! Wechselkleidung. Ach, der ist aber... Will einfach nicht sterben. Ich erwisch die nicht richtig. Das ist unschön. Die ist jetzt ein bisschen, ähm... Misstrauisch, fast so. Jetzt hat es aber... Jetzt hat es geklappt. Hallo? Du siehst ein bisschen... Geht... Ach nein, geh weg. Aber eigentlich könnte ich auch beide... Jetzt wird die Tür offen. Das ist unpraktisch. Sehr, sehr unpraktisch. Ich könnte höchstens... Es wird immer unpraktisch. Es kommen immer mehr hier rein. Ja, dann geht halt alle wieder weg. Neueche nicht von mir. Müsst ihr immer an so ungünstigen Stellen umfallen. Okay, ich geh jetzt hier schnell weg. Ich glaube, ich habe beide erwischt. Ach, also manchmal finde ich es etwas... Manchmal sollte ich etwas mehr Zielwasser trinken, wenn es darum geht, die am Boden liegenden Schlafenden zu erwischen. Schade ist es tatsächlich, dass man hier nicht von Badezimmer zu Badezimmer kann. Und ich glaube, es ist auch eher schwierig, jemanden in der Toilette zu verstecken. Am praktischen ist es wirklich, sie draußen umzubringen. Und dann in den Gully zu schmeißen. So. Ich war's nicht. Ich würde niemals auf einer Fliege was zu Leide tun. Ich werde jetzt aber gucken, dass ich hier draußen sie ein kleines bisschen an die Seite schleppe. Das müsste nämlich funktionieren, so. Und theoretisch, da das ja tot ist und jetzt keiner... So. Einer im Gully. Man muss ja auch die Krokodile füttern, die da unten leben. Die wollen auch leben. Und da verirren sich so selten Studenten rein. Und natürlich, wir wissen alle, am besten opfert man Jungfrauen. Und natürlich ist jedes Mädchen hier, das so ein Bikini trägt, eine Jungfrau. Kennen wir aus alten King Kong Filmen. Da wurde die Jungfrau auch immer im kleinen Fellbikini festgebunden. Das ist ein guter Indikator, um Jungfrauen zu finden. Der Fellbikini. Ah, jetzt kommt der Hip-Hopper hier raus. Ich finde es nämlich anders, was ein Hip-Hopper darstellen soll. Mit dem fetten Goldkettchen um den Hals. Hier, die sympathische Dame. Der bringe ich gerade bei, wie man sich schlafen stellt. Muss ich sie nur irgendwo hinlegen, bevor sie wieder aufwacht. Hoppala. So, ich glaube... Oh. Ja, ich wollte verhindern, dass es uns so geht, wie vorhin mal. Dass da unten eine Leiche liegt und dann sieht das jemand. Wir haben 30 von 58, also gut die Hälfte sind wir schon losgeworden. Einiges davon ist sicher dem... dem Punsch zu verdanken. Wir gucken mal, ob wir hier oben vielleicht... Nee. Mal gucken, wo die männliche Fellbikini... Felllindenschutz-Träger. Ach, der geht da unten hin zum Schlafen. Wenn die natürlich eingeschlafen sind, dann müssen wir die natürlich nicht erst ausknocken. Schnell weg. Wir denken auch immer daran, durch offene Türen können andere unsere Leichen sehen und in Panik geraten. Und wenn es ganz doof läuft, in Verbindung zu uns ziehen und dann feststellen, Hey! Die habe ich jetzt aber schon ganz besonders oft in der Nähe von sowas gesehen. Der Hip-Hop-Bäller mag uns zum Beispiel nicht. Ich habe allerdings Gruppe hier in der Mitte der tanzenden Menge Leute bewusst loszuhauen. So. Die wollte ich... Oh je, wo hat denn jetzt jemanden entdeckt? Ach, da vorne. Okay. Ja, ähm, da kam ja gerade der Schriftzug, das Opfer lebt noch. Eigentlich wollte ich die ablegen. Man kann die lebendig nicht in den Gulli schmeißen. Man kann zwar lebendige Leute vorm Dach kicken, aber nicht lebendig an den Alligatoren verfüttern. Das ist dafür da, damit sie nicht lernen, lebende Beute zu fressen. Denn natürlich muss man für die Sicherheit von Kanalarbeitern und sowas sorgen. Oh, Frau, das ist ein ganz schrecklicher Tanz. Hör bitte damit auf. Ich musste das gerade verhindern, dass die hier weiter so ihre Hüften kreisen lässt. Das, äh, sendet einfach die falschen Signale. So. Das Bunny da vorne sollte uns eigentlich nicht sehen. Und hier ist auch schön still. Wir können aber versuchen, ob wir das Häschen dazu bekommen, dass die Kaninchen heute vielleicht... äh, die Krokodile heute vielleicht Kaninchenfutter bekommen. Aber ich glaube, zuerst wird es... Ah ja, die Leute kommen hier raus, um ihre schlimmsten Tanzmoves vorzuführen. Oder zu üben, wer weiß. Jetzt ist natürlich etwas unpraktisch. Die Tierleaderin hier, die hat uns noch gar nicht im Verdacht. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt neben ihr jemanden K.O. schlage, ändert sich das, äh, schlagartig. Oh, jetzt kommt da noch eine raus. Kinder, bleibt doch mal... Und sie rufen die Polizei weg. Ach ja. Der mit dem Fellblendenschutz. Ja, das ist, ähm... Dem ist kalt gewesen. Nein, nicht weggehen. Sobald die andere kommt raus. Na gut. Sobald die hier nicht einzeln auftauchen können. Aber ich glaube, ich sehe da drüben eine Möglichkeit. Eine gute Gelegenheit. Hallo. So, wir legen dich mal hier ganz in die Ecke. Stechen dich da ab. Äh, ich meine natürlich, singen die ein hübsches Gute-Nacht-Lied. Gut. Die Tierleaderin interessiert sich nicht für den. Da oben ist immer noch das Zimmerchen, wo die drei Damen leicht bekleidet tanzen. Vermutlich der Raum der Studentenverbindung. Wir rächen uns mal dafür, denn die wollten uns nie haben. Da habe ich noch Angst aus der Hip-Hopper und... Ach ne, der geht in eine andere Richtung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Huch je. Ich gehe mal besser hier rein. Ich verstecke mich im Klo. Ja, die Tür geht nicht mal mehr zu. Das ist ja... Schlimm ist sowas. Wo geht... Ach, da drüben geht er hin. Das ist gut. Ja, ich kann sie natürlich nicht durch die komplette Party tragen. Die netten Leichen hier. Und dann geht das Mädchen zur Studentenverbindung. Nein, natürlich nicht. Die haben sie auch nicht gewollt. Eigentlich tue ich denen allen Gefallen, indem ich die Studentenverbindung auslösche. Das war eine ganz, ganz elitäre Geschichte. Die wollten einfach keinen haben. Und deswegen freuen sich auch die ganzen Mädchen gerade so ein bisschen. So, yay, die sind alle weg. Die schikanieren uns nicht mehr. Die sagen nicht mehr, dass wir alle zu fett sind, um bei ihnen mitzumachen. Oder zu klein. Oder zu wenig pinkhaarig. Oder dass unsere Bikinis nicht weiß genug sind. Und deswegen ist es eigentlich was Gutes, dass wir gerade eben die Studentenverbindung aus dem Leben getreten haben. Ah, jetzt geht der da raus. Ich trage die mal hier ein bisschen in die Ecke. Hier ins vollgekotzte Klo. So, und schnell raus. Heute würde ich nicht reingehen, da riecht es nicht schön da. Oh, da ist eine Cheerleader drin. Ich habe jetzt ja einmal Wechselkleidung. Das heißt, ich könnte mich einmal umziehen, wenn der Polizist mir folgt. Natürlich hoffe ich, dass es nicht so weit kommen wird. Studentenverbindung ist nicht so beliebt. Da geht keiner rein, um die mal zu finden. Ich sag ja, ich habe allen Gefallen getan. Ja, wir haben noch 17 Partygäste. Keinen DJ diesmal. Und die Polizei kommt schon wieder. Wer hat uns denn am meisten im Verdacht? Das ist dieser Hip-Hopper hier draußen. Und der da unten, der so ein bisschen nach Golfer aussieht. Und dieses schrecklichen Tanzmus. Hier, direkt über uns. Der, der so offensichtlich nicht tanzen kann. Der hat uns auch ein bisschen im Verdacht. Ich frage mich, ob ich auch die Polizei rufen kann. Wo ist überhaupt das A? Ah, da hinten ist das Telefon. Ich habe es entdeckt. Ich gehe mal ganz unschuldig in Richtung Telefon. Und da ist noch ein Koffer. Ich muss in den anderen Koffer gucken. Oh, eine Bombe. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal ganz eiskalt hier eine Bombe ablegen. Und dann ganz schnell hier weggehen. Yay, da hat es ein paar Leute zerlegt. Kommt mir sehr gelegen. Ich war es übrigens nicht. Die Bombe kam von... Ich weiß auch nicht. Von wem kamen die denn? Ein Feind weniger. Oh je, ach du je. Ach du je. Das gefällt mir... Eieieiei. Ich hoffe, die finden mich hier oben nicht. Denn ich... Der Hase wieder da... Wieder da vor sich hin zuckt. Ich hoffe, die gehen auch wieder. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich habe echt Angst. Oh mein Gott. Habe ich jetzt was doofes getan? Bombe legen war vielleicht nicht das Glückste. Oh je, oh je. Der Hase zuckt sich hier so. Fällt hin und rutscht auf seinem Hinterteil rum. Und ich glaube, das Spot-Team... Machen die? Finden die mich? Erkennen die mich? Ich bleibe jetzt einfach mal hier oben stehen und hoffe, dass die wieder gehen. Von ganz alleine. Noch haben sie mich ja nicht erwischt. Ich habe das Gefühl, ich sollte nach draußen und mich ganz arg in die Ecke stellen. Bitte, bitte geht wieder. Bitte, bitte geht wieder. Bitte, bitte geht jetzt sofort wieder. Bitte geht alle wieder. Gut, sie gehen. Oh je, ich hatte echt Angst, dass mich das Spot-Team jetzt... ...findet. Die haben ja echt mal jeden kurz K.O. geprügelt. So, ich bring die hier oben in ihr Zimmer. Die sieht aus, als könnte sie ein bisschen Ruhe vertragen. So. Kann ich jetzt eigentlich hier die Polizei rufen? Ne, kann ich nicht. Schade. Ich hätte denen gerne gesagt, dass ich gesehen habe, dass da einer ins Koma gesoffen hat da oben im rechten Zimmer. Ich hätte ihnen sehr gerne geholfen. Und hätte sie das wissen lassen. So. Ich war's nicht. Ich war's nie übrigens. Ich könnte jetzt meine Klamotten wieder einsammeln. Da hatte ich aber wirklich Glück, dass ich gerade in der Richtung... Nein, nicht weggehen. Hip Hopper. Hip Hopper mit den krassen Tanzmoves. Bleib doch da. So, wir legen die mal hier hinten ab. Und... So. Die ist weg. So viele sind's auch gar nicht mehr, dass der Hase, der vorher so gebackt hat. Uns fehlen noch zehn Partygäste. Ich glaube, uns sieht auch keiner. Das ist gut. Gut. Ich folge mal unauffällig der Cheerleaderin. Ich glaube, die möchte im Klo... Mädchen, nein! Tu's nicht! Was auch immer du vorhattest. Das war bestimmt eine blöde Idee und ich habe dich jetzt davor bewahrt. So. Ich werde gerade etwas leichtsinniger, weil ich hier rumrenne und einfach alles absteche. Wohl wissend, dass sie gleich wieder die Polizei rufen werden. Upsi. Hm. Ich gehe jetzt auch mal nach draußen, mache hier einen kleinen Weg. Die finden gerade ordentlich Leichen, muss man schon sagen. So, jetzt nehme ich sie hier mal mit. Ich wollte dir da drüben was ganz Spannendes zeigen. Ähm. Machen Sie sich keine Sorgen, lieber Polizist. Ich habe gar nichts Schlimmes mit der Dame vor. Was? Nein, verdammt, verdammt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du brauchst keine Hilfe. Lass mich bitte in Ruhe. So. Das ist nämlich... Jetzt habt ihr einmal gesehen, das ist das Kostüm. Der Polizist hätte mich jetzt verhaftet. Zum Glück hatte ich die Wechselkleidung. Denn, ähm, unser einziges Merkmal, an dem wir erkannt werden, ist unser schwarzes Kleid. Das haben wir jetzt nicht mehr an. Hier sind wir in Pink. Und, äh, die Dame in Pink hat nichts verbrochen und deswegen lässt man sie auch in Ruhe. Jetzt muss ich allerdings doppelt und dreifach aufpassen bei den letzten sieben. Denn wenn ich jetzt noch einmal die Handschellen über dem Kopf habe, ich fürchte, dann ist vorbei. Ich fürchte wirklich, dann ist vorbei. So ist es, wenn wir die hier einmal hier ablegen. So. Ich darf jetzt nicht mehr zu lange tragen. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn die nämlich aufwachen, während wir sie tragen... Wenn die aufwachen, während wir sie tragen, dann halten die uns natürlich für Freaks. Und Freaks müssen verhaftet werden. Die wissen ja, dass ein Mörder umgeht. Und natürlich möchte niemand versehentlich den Mörder auf seiner Party haben. Ich fürchte, der findet gleich unseren toten Hip-Hopper. Nee, doch nicht. Ups, jetzt bin ich da ganz falsch ge... Na, er findet jemand anderen, der tot ist. Wir gehen jetzt einfach hier hinten in das Zimmer der... Ach, Schwestern. Wie schön war es, als ihr mich nicht aufgenommen habt. Gut, er findet mich nicht. Wie ist er denn auf dieser aufmerksam geworden? Der sieht die dahinter, denn... Ich war es nicht. Ich war die ganze Zeit hier und hab, ähm, nichts weiter getan. Ja, Polizist. Die letzten vier fehlen. Ich sehe da zwei Hip-Hopper. Wer fehlt denn noch? Ich sehe zwei Hip-Hopper, den Golfer und wo ist der letzte? Wo ist der, die das letzte Partygast? Letzter Partygast, wo bist du? Ach, da vorne. Da pennt einer. Hoppala. Okay, ähm, ich hoffe, wenn der Polizist geht, dann kann ich mich um den hier kümmern. Das ist immer so schön Leiche aufheben. Dabei lebt er noch. Ich nehme den mal hier ein bisschen vom Fenster weg. Aber natürlich nicht zu sehr. Oh, 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 oh. So, noch drei fehlt. Dann haben wir die College-Party. Ähm, von all den Leuten befreit, die eigentlich nicht aufs College gehören, denn... ...oder, das ist Campus. Denn das sind natürlich die schlechten Studenten. Die, die nur Party machen, die wollen wir gar nicht haben. Wir wollen die akademische Elite fördern. Und das sind die, die jetzt hübsch zu Hause sind und lernen. Bitte tritt mich nicht, ich bin ganz armlos. Bitte tritt mich nicht, ich bin echt ganz armlos. Bitte zerstreut euch ein wenig, nur so ein bisschen. Was? Ja, was? Was weiß ich auch? Ich hau doch schon ab. Warum läufst du mir jetzt nach, wenn ich abhauen soll? Wenn dann heißt das alte... Ich wollte mich alle nicht haben. Ich finde das voll gemein. Ihr seid gemein zu mir. Okay, die verteilen sich aber gerade echt schön. So, eins. Wir haben es fast geschafft. Zwei. Jetzt noch den Kerl, der echt aussieht wie ein Golfer und wirklich nicht tanzen kann. So. Damit ist die Campus-Party beendet. Ich habe sie offiziell für beendet erklärt. Keine Party auf diesem Campus. Stattdessen Party vom Partyeingang. Also draußen. Und es gibt wieder ein Häppchen Geschichte. Ah ja, was hat denn die da an auf dem Poster? Das ist kein Wunder, dass da die falschen Leute studieren. Also, wenn die so Studenten darstellen? Kein Wunder. Die Bildung geht zugrunde. So, jetzt geht's aber weiter. Das ist kein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ja, und Unsere letzte Party, wir haben es also gerade gehört, unser Mörder hat Fans gefunden, die ihm zu Ehren eine besonders schöne Party feiern werden. Und nächstes Mal werden wir uns auch dieser Party widmen. Denn egal ob Fan oder nicht, jede Party muss gestoppt werden. Freut euch aufs nächste Mal, wenn unsere Geschichte ihr Finale findet. Und wir dann auch, wir könnten auch jetzt schon den ersten Zusatzlevel spielen, aber natürlich werden wir erst die normale Party beenden. Ja, wie immer ärgert eure Nachbarn nicht so sehr, denn wer weiß, in wem ein Mörder steckt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!